Du hängst! Wenn du jetzt meine wärst, dann würd ich jetzt drei da so mit dir beleidigt sein, deswegen... Ey, wieso kannst du das immer? Guck mal hin! Erinner dich an die Videos... Toss the cameras... Lass die Blase in Ruhe! Und eine Gasluftballon hängen, ne? Und mit einem GPS-Finder... Ja... WLAN... Irgendwann fällt der runter und sie finden dich wieder nach Jahren... Ja... Das ist im Endeffekt... So was... Ich finde nur halt ein komplett anderes Gehäuse. Andere Auslegung. Die ist nicht auf Farbtiefe ausgelegt, sondern auf Farbtiefe. Ok... Weil du auf YouTube sowieso keine 4D-Videos als 4D wiedergeben kannst... Sondern 720p reicht, fertig. Da hat er recht. Die kann zwar 1000 und so und soviel Pixel, aber das ist immer noch nicht so scharf... Ich denke, dass er recht hat. Gut... Könntest du... Was... Zur Hölle... Ich bin einfach einmal hochgefahren und da ist gerade... Ich bin einfach einmal hochgefahren und da ist gerade... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020